Herzlich willkommen bei der Glarner Kantonalbank. Ich bin der Praxisausbildner für den Plattformentwickler und freue mich, dir einen kurzen Einblick in die spannende Lehrstelle zu zeigen. Bei der Glarner Kantonalbank bekommst du einen innovativen und sehr sozialkompetenten Arbeitgeber rüber, wo du dich während der ganzen Lehrzeit wohlfühlst. Du lernst, wie du die PCs aufsetzen, installieren und betreiben. Zu deinem Lehrumfang gehört es auch dazu, eigene Projekte von Anfang an zu planen, zu konzeptionieren und am Schluss auch umzusetzen. Als Plattformentwickler lernst du, wie du eine IT-Landschaft aufbauen und betreiben kannst. Im Serverumfeld lernst du, Server aufzubauen, zu betreiben, Fehler zu analysieren und auch diese wieder zu beheben. Habe ich dir das Interesse geweckt? Dann bewirb dich heute noch auf die Lehrstelle. Ich weiß noch nicht, Vielen Dank.